Horoskop für heute, Stier, 28. Oktober 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Sie können den Tag mit einem Gefühl der Selbstverteidigung und Abschottung beginnen. Mit dem Einzug des Mondes in Ihr kreatives, kontaktfreudiges Solarhaus fühlen Sie sich jedoch temperamentvoll und selbstbewusst. Sie sehnen sich nach mehr Interaktion und Aktivität. Sie sind in guter Verfassung, um mit anderen in Kontakt zu treten und Spaß zu haben. Später am Tag kann die Kommunikation etwas unter Unstimmigkeiten leiden, da Merkur auf unangenehme Aspekte zusteuert. Versuchen Sie, aus Ihren Interaktionen zu lernen, auch wenn Sie frustrierend sind. Ihre Antworten können Sie überraschen und Ihre eigenen Denkprozesse ankurbeln, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Es könnte eine Meinungsverschiedenheit über Werte oder Geldangelegenheiten im Spiel sein, oder Sie könnten an einer Tatsache hängenbleiben, die nicht am richtigen Platz ist. Versuchen Sie, keine Idee zu fördern, die Sie später bereuen könnten, wie etwa eine Verpflichtung oder ein Versprechen. Halten Sie die Dinge offen und frei und vermeiden Sie große Anschaffungen. Ansonsten ist heute ein guter Tag, um durch Ihre Verbindungen zu anderen oder langfristige Pläne Kraft zu sammeln. Machen Sie sich bereit für einen Aufschwung in Ihrem Privatleben. Die vielen Tage, die vor uns liegen, versprechen eine hoch-erotische Energie, die Sie nutzen können. Der mächtige Mars, der rote Planet des Sex, der Leidenschaft und des Antriebs, rast weiterhin durch die Himmel und verbindet sich in einem Treigen mit dem rätselhaften Neptun, der sich jetzt in Ihrem Solarhaus der Gemeinschaften und des Online-Dartings dreht. Wenn Sie Single sind, ist dies eine großartige Zeit, um online jemanden kennenzulernen und dann ein Date zu haben. Wenn es funkt und das könnte sehr gut sein, werden Sie vielleicht bald zum Biest mit zwei Rücken unter der Bettdecke. Paare können dies für hoch-erotisches oder tantrisches Liebesspiel nutzen. Es ist Zeit, ein bisschen Spaß zu haben. Wenn der Mond in das Zeichen Jungfrau eintritt, können Sie nach einer so arbeitsreichen Arbeitswoche ruhig mal lockerlassen. Denken Sie an alles, was Sie diese Woche getan haben. Sie haben so viele Aufgaben erledigt, mit so vielen Kollegen gesprochen und alles im Griff behalten. Es könnte eine herausfordernde Woche gewesen sein, insbesondere wenn Sie sich auf neue Verpflichtungen konzentrieren oder Partnerschaften aufbauen müssen. Glücklicherweise lädt Sie der fleißige Mond in der Jungfrau ein, Ihr Wochenende zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit, um sich auf Ihre Leidenschaftsprojekte und Hobbys zu konzentrieren und sich von Ihrer Arbeitswoche zu erholen. Der heutige Transit könnte Sie dazu motivieren, neue Dinge im Bereich Bewegung auszuprobieren. Sie werden sich zu Aktivitäten hingezogen fühlen, die Sie mit Freunden unternehmen können oder zu Aktivitäten, die Sie unternehmen können, um neue Freunde zu finden, wenn möglich. Denken Sie an Dinge, die Sie im Hinterkopf hatten, wie Fahrradtouren oder sogar einen zukünftigen Marathon für einen guten Zweck zu laufen, beispielsweise die medizinische Forschung zu unterstützen. Diese Aktivitäten ziehen im Allgemeinen gute Menschen an, die wie Sie selbst Wert auf Gesundheit und Freundschaft legen. Im Zentrum der heutigen Schwingungen wird eine andere stehen oder genauer gesagt andere. Sie sollten auf bestimmte Menschen im Privat- und Berufsleben zugehen. Heute müssen Sie vielleicht eine verwirrende Situation lösen, einen Vertrag besprechen oder ein Gruppenprojekt aufsetzen. Sie müssen ein harter Verhandlungspartner sein, denn andere werden Ihnen nicht immer zustimmen. Da es seit Merkur Anfang letzten Monats keine Planetenaktivität in Ihrem Heim- und Familienbereich gab, sind die monatlichen Besuche des Mondes eine wertvolle Gelegenheit, sich zu informieren, insbesondere, da dies rechtzeitig zum Wochenende geschieht. Während der Mond nur auf der Durchreise ist und morgen wieder geht, ist dieser letzte Besuch vor der Rückkehr des Mars eine Gelegenheit, emotionaler und intuitiver zu werden und aufmerksamer zu werden. Worauf dies jetzt Ihre Aufmerksamkeit lenken könnte, Mars wird in neun Tagen mit dem Antrieb und der Motivation zurückkehren, Dinge geschehen zu lassen und zu erledigen. Betrachten Sie dies als eine Chance, die Dinge zu erkunden. Der Mond hat Ihren Kommunikationssektor vielleicht verlassen, aber am ersten Wochenende der Sonne in Ihrem Beziehungssektor ist die Unterstützung der Kommunikationsgötter nicht nur immer noch da, sondern nimmt sogar zu. Neben Merkur, dem Planeten der Kommunikation in Ihrem Beziehungssektor, befindet sich Mars in Ihrem Kommunikationssektor. Und da beide innerhalb von zehn Tagen verschwunden sein werden, beginnt ein Wettrennen, wer zuerst die Kommunikationskanäle öffnen kann. Täglicher Planetenüberblick Der heutige Tag bringt eine erfrischende, bodenständige Energie, da der Mond in das praktische und organisierte Zeichen der Jungfrau eintritt. Mit dieser kosmischen Verschiebung verspüren viele von uns möglicherweise den Drang, aufzuräumen, vorauszuplanen und die Einzelheiten des Lebens mit einem Gefühl der Ruhe und Zielstrebigkeit anzugehen. Es ist, als würde uns das Universum einen freundlichen Schub senden, um eine gärdietere Herangehensweise anzunehmen, die es uns ermöglicht, uns emotional klar und produktiv zu fühlen. Wenn Sie jemand sind, der dazu neigt, sich in Stress oder Drama zu verstricken, könnte der heutige Jungfrommund eine willkommene Atempause bringen. Unter diesem Einfluss werden wir eingeladen, die Dinge aus einer ruhigen und reifen Perspektive zu betrachten, was uns hilft, unnötige Spannungen zu vermeiden und uns auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Eine der wunderbaren Gaben der Jungfrau Energie ist ihre Fähigkeit zu Empathie und Verständnis. Heute fällt es Ihnen vielleicht leichter, sich in die Lage eines anderen zu versetzen und die Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Dieser Mondanfluss fördert Mitgefühl und die Bereitschaft, aufmerksam zuzuhören. Aber denken Sie daran, dass diese empathische Energie zwar eine schöne Sache sein kann, es aber ebenso wichtig ist, gesunde Grenzen einzuhalten. Sie sind nicht verpflichtet, die Lasten anderer auf sich zu nehmen oder die Rolle des Therapeuten für ihre Mitmenschen zu spielen. Die heutige Botschaft dreht sich um ausgewogene Unterstützung, seien Sie für andere da, aber vergessen Sie nicht, auch Ihr eigenes Wohlbefinden an erste Stelle zu setzen. Auf zwischenmenschlicher Ebene fördert die heutige Energie auch eine ausgebogene Sichtweise der Perspektiven. Sie fühlen sich vielleicht besonders sicher in Ihrem Standpunkt, was großartig ist, aber denken Sie daran, dass auch andere Ihre eigenen einzigartigen Erfahrungen und Ideen mitbringen. Manchmal glauben wir, das ganze Bild zu sehen, nur um dann festzustellen, dass es einen anderen Blickwinkel gibt, den wir nicht berücksichtigt haben. Indem Sie die Perspektiven anderer Menschen anerkennen und wertschätzen, steigern Sie nicht nur Ihre eigene Glaubwürdigkeit, sondern schaffen auch Raum für tiefere, bedeutungsvollere Verbindungen. Wenn Sie das Bedürfnis loslassen, immer recht zu haben, können Sie reibungslosere, harmonischere Interaktionen führen. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie Ihre Haltung aufgeweicht haben und dies zu einem positiveren Ergebnis geführt hat? Die heutige Energie ist eine sanfte Erinnerung daran, wie mächtig diese Flexibilität sein kann. Dieser geerdete Jungfraumond ist auch ein wunderbarer Zeitpunkt, um Ihre aktuelle Situation genauer unter die Lupe zu nehmen und sich Verbesserungen vorzunehmen. Wenn Sie sich ein wenig festgefahren fühlen oder Ihre Lebenssituation finanziell, beruflich oder persönlich verbessern möchten, ist heute der Tag, um sich wirklich damit auseinanderzusetzen, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Die Energie der Jungfrau kann uns helfen, uns darüber klar zu werden, was genau getan werden muss, und uns motivieren, vage Ideen in realistische Pläne umzusetzen. Es ist ein einzigartiges Gefühl der Befriedigung, eine Lösung zu erkennen und zu wissen, dass Sie auf dem richtigen Weg zu sinnvollen Fortschritten sind. Wenn Sie also ein Ziel haben, das Sie aufgeschoben haben, machen Sie heute einen kleinen Schritt darauf zu und sehen Sie, wie befriedigend es sich anfühlt. In finanzieller Hinsicht bringt der heutige Tag eine stabile, scharfsinnige Energie mit sich, die kluge Entscheidungen unterstützt. Der Einfluss der Jungfrau schärft unsere Fähigkeit, Gelegenheiten mit scharfem Auge zu beurteilen. Wenn Sie also finanzielle Angelegenheiten regeln oder neue Investitionen in Erwägung ziehen, vertrauen Sie darauf, dass Sie ein gutes Geschäft erkennen. Egal, ob Sie über größere Investitionen nachdenken oder einfach nur nach tollen Schnäppchen Ausschau halten, Sie werden sich wahrscheinlich in der Lage fühlen, zwischen Angeboten zu unterscheiden, die einen Wert bringen, und solchen, die dies nicht tun. Haben Sie jemals ein unerwartetes Schnäppchen gefunden, das Ihnen den Tag gerettet hat? Heute könnte Ihnen so viel Glück bringen. Also los, halten Sie die Augen offen und scheuen Sie sich nicht, die Gelegenheit zu ergreifen, wenn sie sich richtig anfühlt.